Ja momo Leute, euer ZeroYi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy 7. Heute werden sich die Perspektiven teilen, wir werden zudem Cloud spielen und auch Aerith. Aerith die unten hantiert und Cloud der den Turm besteigt, um endlich sich dem Reno zu stellen und ihm seine Bombe wegzunehmen. Tja, ich wünsche euch viel Spaß heute. Oh, er gegen Helikopter kämpfen kommt, ich weiß es doch. Na, wie war ich? Nicht gut. Gut genug. Hm? Das ist doch... Ach, natürlich. Hey, du Supersoldat! Zeig, was du kannst! Renn, 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 renn! Sieht nicht gut aus. Gibt dich, du Zecke! Ihr Ruchlosen, seid chancenlos! Wie in ner schlechten Seifen, Opa, was? Hey, die Kirk sind auch nicht einfach, statt dass das Ding in den Luft gejagt werden muss, aber... Es ist deren Job. Vorsicht! Vielen Dank! Das war knapp! Besser? Tut gar nicht mehr weh! Sorry! Ich muss nach oben, unbedingt! Folgt deiner Intuition. Aerith! In der Nähe ist eine Bar, der siebte Himmel. Dort wartet Marlene. Richtig? Keine Sorge. Ich werde sie finden. Hä? Hm. Keine Heilung mehr. Derzeit gesperrt. Öffnet das Tor! Wir müssen hier durch! Verzieht euch! Wir haben unsere Befehle! Wedge! Ich bin noch echt zu nichts Nütze. Das stimmt doch nicht, Wedge! Wir können immer noch viele Leute warnen. Wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren! Glaubst du etwa, dass die Platte wirklich runterstürzen wird? Ich glaube fest daran, dass Tifa und die Anderen es schaffen. Aber so eine schlechte Vorahnung habe ich trotzdem. Irgendwie komisch. Ja, ich auch. Deshalb müssen wir gut vorbereitet sein, damit wir später nichts bereuen und uns nichts vorwerfen. Und jetzt müssen wir tun, was wir können, oder? Ich habe keine Ahnung, was als nächstes passiert. Aber ich will später nichts bereuen müssen. Wir müssen die Leute retten! Kapiert ihr? Aber der Anfänger hilft. Hey du! Ich will später auch nichts bereuen müssen. Komm schon! Hier lang! Schnell! Warte! Zum siebten Himmel geht es hier lang, richtig? Geradeaus und dann auf der rechten Seite! Ich hole Marlene! Und ich bringe die Leute hier in Sicherheit! Okay. Er ist ganz alleine. Die Platte stürzt ein. Ihr müsst hier weg! Flieht nach Sektor 5 oder 6! Da seid ihr sicher! Ihr müsst schnell von hier fliehen! Und zwar weit weg! Hm? Warte mal! Weißt du irgendwas? Der Pfeiler ist doch intakt! Noch ist er es. Aber... Die Platte wird einstürzen. Ja. Das kann ich nicht glauben! Was haben diese Schweine nur vor? Euer Gemecker bringt uns jetzt nichts! Los! Leitet die Evakuierung ein! Davor müssen wir erst die Fluchtwege sichern! Natürlich, natürlich! Na los, macht! Gehörst du auch zur Avalanche? Die mit ihren Haaren, ey! Ich muss zum siebten Himmel! Wie so ein Kissen. Hier ist es nicht sicher! Verschwinde, solange du kannst! Da ist es! Seht mal! Lol, wie doof sind die denn? Oh nein! Das Ding stürzt ab! Genau auf den siebten Himmel. Ja, lass das Mädchen mal ruhig liegen. Ist nicht hübsch genug, oder was? Ja, wie kommen wir da jetzt durch? Ja. Scheiße! Ich muss schnell einen anderen Weg finden! Einen anderen Weg, einen anderen Weg, einen anderen Weg. Wieso? Wieso ist die Karte jetzt grau? Ich fahre noch mal. Naja, egal. Wahrscheinlich mit Aerith nicht. Verdammt! Wo sollen wir denn nur hin? Dort vorne kommt man wohl noch durch! Ich will nicht da lang, wo ich gehe. Es muss doch irgendwo einen Weg geben! Geht euren eigenen Weg. Das ist sie! Let's up! Bin bald da! Jetzt beeil dich! Hör auf zu schossen! Ei, 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 ei! Tut weh, was? Aber jetzt müssen wir stark sein. Na los! Nun macht schon! Hier! Los! Hier lang! Schnell! Ich bring' dich hin! Ich bring' dich hin! Was ist mit Marlene? Und Beryf wird dich hassen. Der Beryf, sag' ich schon. Ja, ich hab' wir's geschafft! Was passiert denn nur, verdammt? Wo ist das Marlene? Nee, Marlene hat ja nicht, äh, hat ja Kürzerer. Oh, da ist das Marlene. Ja, ich bring' dich hin. Ja, ich bring' dich hin. Das sollten wir besser. Keine Sorge. Dir passiert nichts. Wir müssen zusammenarbeiten. Dann schaffen wir es hier raus. Hier ist es zu gefährlich. Wir müssen zum Wallmarkt. Hier geht es lang, Leute. Kommt schon, beeilt euch. Können Sie sich um sie kümmern? Ja. Betty! Wo bist du nur gewesen? Na, ein Glück. Kinder sehen alle gleich aus. Ja, gut, Marlene. Nicht, doch ist es zu gefährlich. Mir doch egal. Was passiert denn hier nur? Jetzt ist alles vorbei. Okay, das, äh, ist schon mal scheiße. Okay. Dann gehen wir woanders lang. Okay, mir verdammt nochmal aus dem... Gleich geschafft! Ich muss zurück. Na komm, explodier nochmal. Ein bisschen Sande. Das war irgendwie klar. Noch einen verloren. Spart uns Zeit. Und bei euch? Ich melde mich wieder. Den Rest überlasse ich euch. Genug gerannt. Schluss damit. Zäng, zäng, zäng. Ist doch auch einer von den Guten. Tu mal nicht so. Hoffentlich geht es ihr gut. Marlene, halt durch, ich komme. Wahrscheinlich ist sie gar nicht mehr drin. Warte, ich muss nur ein bisschen Draht spielen, ja? Oh, geht nicht. So. Wo flennt sie denn rum? Im Triesen? Ach da. Marlene. Du bist Marlene, stimmt's? Wer... bist du? Ich bin eine... Freundin von Tifa. Und wo ist Tifa? Die ist... gerade mit Cloud unterwegs. Papa auch? Barrett, oder? Ja, der auch. Kommt er... nicht nach Hause? Nein. Deshalb... bin ich jetzt hier. Ich bleib bei dir. Tifa hat mich darum gebeten. Aber hier... ist es gefährlich. Ich bring... dich hier raus. Zerstören... sie die Bar? Das ist... unser Zuhause. So. Das ist schlimm. Aber... zu Hause ist, wo... die Familie ist. Nicht? Gehen wir? Ah... Was war das jetzt? Du duftest ja so. Ja? Ja, den Geruch kenne ich. Ah, die Blume. Vergesse es nicht. Na komm. Ich bring dich zu meinem Haus. Da hab ich ganz viele Blumen gepflanzt. Darf ich auch welche pflanzen? Natürlich. Was sind denn da... Schluss mit dem Versteckspiel. Eris. Was Song heißt da? Okay. Der ist keine guten. Also. Viele Optionen bleiben dir offensichtlich nicht. Dir passiert nichts. Okay? Okay. Machen wir einen Handel. Hm. Okay. Untertitelung. BR 2018 Ich muss hier weg. Jetzt komm schon raus und still dich! Dort vorn! Zwei Fliegen mit einer Klappe! Aua! Cloud! Tiefer! Da bin ich! Was soll das? Das frage ich dich. Und jetzt komm schon! Verdammt! Was war das denn bitte? Ausgerutscht. Natürlich. Wo ist Eris? Ich hab sie zum siebten Himmel geschickt, um Marlene zu holen. Und Vetch? Der zeigt ihr den Weg. Gut. Wir können schon raufhalten, oder? Das macht ja! Dann nichts wie raus! Ihr entkommt uns nicht! Hulk! Das Versteckspiel ist vorbei. Komm raus! Na gut. Los! All der Cloud soll es den anderen übernehmen. Versteckst du dich vor mir? Ja! Ihr seid doch schwach. So. Ich muss leider auf Hochtouren öfters benutzen. Und das vollgekriegen. Ist zwar stark, aber... Ist jetzt nicht der Bringer. Würde ich hier gerne auch kurz vorbeischauen? Äh. Was für ein Scheiß. Ich hasse euch, ey. Dass ihr da hinten kämpft. Da kommt schon ein bisschen leer. Weißt du was? Boah, ich habe jetzt einen Blitz am Start. Und für dich habe ich auch einen Blitz am Start. So. Ausgenervt. Aha. Wo geht es dann da hinten lang, wenn es hier lang geht? Geh jetzt hoch. Ja, ja. Ich gucke nur. Hier komme ich auch hoch. Und dann sprengt ihr das Ding in die Luft. Hey, 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 hey. Was muss das? Ich zähle auf dich. Es geht los. So. Machen wir weiter auf Hochtouren. Hier. So ist das eigentlich recht stark, muss ich sagen. Aber du willst die Gegner sich halt nicht bewegen. Dein Ende. Nachschlag. Aha. Ja. Zack. Na. Na komm, weiter auf Hochtouren. Das ist ein perfekter Augenblick, um das zu trainieren. Runter. Und tschüss. Hier. Hab ich. Vor allem, warum auch noch reduziert er Schaden. Voll gemeint. Dein Ende. Ist das quasi der Alternative WQ? Will ihr nicht in meiner Fresse explodieren? Achso, ich kann da weiterhin die Abkürzung nehmen. Oder weiter hinten. Warum gibst du nicht endlich auf? Vorwärts. Auf in den Kopf. Ja. Nicht doch alles. Das macht. Dann übernimm. Überlass das mir. Ja, ja, ich mach gleich ein paar Blitzer auf die. Uh. Auch. Nicht blitze. So. So, nochmal Blitzer. Dann leveln wir das gleichzeitig hoch. So, und jetzt müssen wir auf den da warten. Komm, näher. Komm. Gut, 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 gut. Weiß. Hey. Aufschlag. Jetzt nachsetzen. Schön, dass du runtergekommen bist. Haha. Seh dich. Achso, hier kommt man nur hoch. Ja, hallo. Wenn du mich siehst, dann schießt doch. Ach so, immer noch nicht genug. Weißt du, ich kenne euch NPCs. Ihr trefft doch nix. Ich kann hier einfach hochlaufen. Mir passiert. Und fällt nie mehr hoch. Nein. Nicht ihr. So, krieg ich das hin? Von hier aus? Ich bin bereit. Oh, das war der Falsche. Das wird so nichts. So, jetzt aber. Los geht's. An der Liedschungsfähigkeit. Verschwendung. Und der dreht sich mal rum, oder? Nichts überstürzen. Es geht los. Na los, komm. Na, wir sind zu zweit. Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Aua. Schon gewonnen. Da geht's rüber, um höher zu kommen. Das sind wieder die Flugmaschinen hier, ne? Nichts überstürzen. Aber wie viel ATB ich bekomme? Krass. Ist da nicht gerade einer am Boden? Äh, ach komm. Nicht übertreiben. Ich lege los. Machen wir wieder Blitzer gegen den Hinteren. Genauso. Auf der Blick kümmern wir uns so. Perfekt zu fliegen. Leider muss ich überall lang gehen. Zu Park-Zack-Kasse. Umsonst. Meine Neugier. Sie tötet mich irgendwann. Na. Dann bleib halt, wo du bist. Okay. Okay, wir halt da hoch, wo das ganze Gas ist. So wird's sicher sein. Was? Äh, ist ja ekelhaft. Seh ich jetzt schon. Dir stutzig schon noch die verdammten Flügel. Oh, oh. Die Totbringer. Kann das sein, dass das, dass sie überall da ist, wo der Tod wartet? Ja, warum sind die Geister immer da, wo der Tod wartet? Ich meine, ich könnte jetzt spoilern, aber ich tue es jetzt mal nicht. Ähm, Leute, das war's für heute. Wir sehen uns morgen oben auf den Turm. Und dann schauen wir uns den Kampf zwischen Reno und Cloud an. Hau rein, ciao.